Hallo nochmal von der Firma Felix in Sohn. Der Messer-Manufaktur. Ja, die Party ist voll im Gange und wie ihr sehen könnt, trotz Regen haben wir wirklich viele Besucher. Wir machen heute eine Führung nach der anderen und es läuft wirklich super gut. Und wir werden jetzt den Leuten zeigen, wie ein Messer vom Rohling bis zum Schluss hergestellt wird. Wir fangen in der Schleiferei an. Kommen Sie bitte mal mit. Eintrieb. Kommen Sie bitte mal mit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020